Applaus Applaus Die Spielzeit 9,2 Applaus 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 Die Protestunion, den ersten Platz in dieser Disziplin belegte, Gloria Matthiesus von Horner in Frankfurt mit 8,9 Grad. Die Protestunion, den zweiten Platz in dieser Disziplin, die Protestunion belegte, Andrea Borschmann, Inggras und Horner in Frankfurt mit 8,8 Grad. Den dritten Platz in dieser Disziplin belegte, Susanne Ziegler von der TSG Mugner-Meyer, die 8,9 Grad. Die Schicks erhalten die Pokale von TSG Selbstvertrauen. Den vierten Platz belegte, die Silvia Wuchs von der Dienkantelmann, die Ziegler von der TXG Mugner. Es geht ab und ist die Ehrung, Dries Zieglin, Springer, Junior, erste Übung. Den ersten Platz drehte hier, Lienitz Kutschi von Horner TV-HK, die Deutschlandsküche, die Rücken. Applaus Den zweiten Platz in dieser Disziplin belegte, Gloria Matthiesus, Inggras und Horner TV-HK mit 8,9 Grad. Den zweiten Platz in dieser Disziplin belegte, der Lienitz Kutschi von Horner TV-HK mit 9,2 Grad. Den zweiten Platz belegte, Gloria Matthiesus und Horner TV-HK mit 8,16 Grad. Den dritten Platz hierbei, Tandar, Raba und Kastor, Weihab in 7,7 Grad. Applaus Den dritten Platz in dieser Disziplin, Springer, den Rudolf Gehkamp, verlegte den ersten Platz, Lienitz Kutschi von Horner TV-HK mit 8,9 Grad. Applaus Den dritten Platz in dieser Disziplin. Den dritten Platz in dieser Disziplin, die Florian-HK mit 8,9 Grad. Den dritten Platz in dieser Disziplin, die Lienitz Kutschi von Horner TV-HK mit 8,9 Grad. Vielen Dank.